Abendliche Begegnung beim Spazierengehen. Was haben wir denn da? Ein schöner Molch. Ein ganz schöner Kerl, he? Wie viele Beine hat er? Eins, zwei, drei, vier, fünf hinten. Vorne hat er vier, oder? Ne, drei. Vorne hat er drei Beine. Okay. Also Kleiner, du darfst jetzt was Feuchtes suchen. Ciao.